Mit dem Antenne-Weihnachts-Buttler zu ihrem VIP-Ankauf. Shoppen wie ein Promi. Alfons, ganz ein wichtiger Punkt wird natürlich auch die Begrüßung sein. Ich kenne die Leute jetzt nicht persönlich. Wie begrüßt ein Butler seine Herren und Herrinnen richtig? Begrüßung ganz, ganz wichtig, weil erster Eindruck. Das heißt, essentiell ist dieses nette Lächeln, was du sehr gut drauf hast. Wenn du den Titel, den beruflichen Titel etc. vielleicht schon kennst von der jeweiligen Person, dann kannst du diesen dann auf jeden Fall bei der Begrüßung verwenden. Allerdings ein optimaler Tagesgruß wie Guten Morgen. Mein Name ist Georg, ich bin heute für Sie zuständig. Ich glaube, macht es sehr charmant. Sollte die Dame dir die Hand anbieten, bitte dann den Servierhandschuh ausziehen. Das macht man mit der hohen Hand. Ist gut fürs Kanten. Hallo, Corina Kuttnig. Grüß Gott, Frau Kuttnig. Mein Name ist George und ich darf den ganzen Tag für Sie da sein. Der Antenne-Weihnachts-Buttler. Jetzt gleich anmelden auf Antenne.at oder eine Teilnahmekarte in einem der über 500 Stadtbetriebe ausfüllen. Antenne.